Wie Sie die Überzeugungskraft haben, die Sie haben wollen. Ihre innere Einstellung, lieben Sie die Leute oder schätzen Sie sie zumindest oder sind Sie zumindest bereit, die Leute wirklich zu respektieren. Das entscheidet, ob Sie Charisma haben. Alles andere ist Nebensache. Seien Sie der oder die, der Sie wirklich sind. Voll ausbauen, was immer Ihre Art ist. Sich von niemandem einreden lassen, Sie hätten einen falschen Stil drauf. Man erzählt sich, wenn man meditiert mit Mantra, dann gibt es eine richtige und falsche Weise, das auszusprechen, was natürlich Unsinn ist, weil Sie das Mantra zu Ihrem eigenen machen und wiederholen das dann so, wie es in Ihrem Kopf klingt. Da gibt es eine Geschichte aus dem Sufi-Bereich, die man im Seminar sehr schön einsetzen kann, um den Leuten Mut zu machen, ihren eigenen Weg zu gehen. Das Mantra ist jetzt nur eine Analogie. Also ein Sufi-Meister, der gerade sein Sufi-Diplom hatte, der also weit weg vom Heimatdorf eine Ausbildung bei einem Meister gemacht hatte und jetzt auf dem Rückweg ist, um als Sufi-Meister sozusagen zu agieren, fährt mit dem Boot den Fluss entlang und kommt an eine Art Insel, weil da so eine Flussgabelung ist. Und da hört er auf dieser Insel einen Sitzen, der meditiert. Also er hört da, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na, denkt er, jetzt habe ich gerade mein Sufi-Diplom. Ich weiß ja, dass das falsch ist. Der Mann müsste ja sagen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Also muss ich ihm das ja mitteilen. Also bindet er sein Boot fest, geht auf die Insel, dem Klang nach, dann findet er da einen Mann, der seit 40 Jahren da sitzt und so meditiert. Na, und dann wartet er ein bisschen und er sieht ihn dann aus den Augenwinkeln und sagt er, ja, also er hat gerade seine Ausbildung hinter sich und er hat quasi gehört, nicht, der meditiert ja falsch. Um Gottes Willen, sagt der alte Mann, ist ja furchtbar, das wusste ich ja gar nicht und würden der junge Meister mich vielleicht bitte unterweisen. Na, jetzt üben Sie ein paar Tage lang, weil das so eingeschliffen ist. Immer wenn Sie meinen, jetzt haben wir es, rutscht er zurück in das Alte. Und man sagt zum Beispiel, wenn einer mit dem Mantram richtig meditiert, dann kann er über Wasser laufen und andere Wunder tun. Das weiß man in diesem Bereich. So, und nach einigen Tagen scheint der Alte es jetzt einigermaßen drauf zu haben und der Junge begibt sich jetzt wieder Richtung Heimat. Also er rudert wieder los und nach einigen Minuten des Ruderns meint er plötzlich, die Stimme des alten Mannes direkt hinter sich zu hören, was ja gar nicht geht. Er schaut sich um und tatsächlich ist der über das Wasser ihm nachgelaufen, und sagt, junger Meister, wie muss ich das Mantram aussprechen? Wie Sie die Überzeugungskraft haben, die Sie haben wollen. Zum Self-Check. Wahrscheinlich haben Sie das eh alle drauf, aber vielleicht ganz gut nochmal bestätigt zu hören. Punkt 1, Sie müssen selbst betroffen sein. Von dem, wovon Sie betroffen sind, können Sie Kunde tun. Zum Beispiel Kommunikation ist ein Thema, wo ich sehr betroffen bin, weil ich aus Umkreisen kam, wo relativ aggressiv kommuniziert wurde. Ich habe also gelernt, dass das viel zu aggressiv war. Wir waren Meister in Sagetechnik und nicht in Fragetechnik. Das waren für mich wichtige Einsichten. Die kann ich überzeugend den Gruppen rüberbringen, weil bei mir ein Lernprozess stattfindet. Unabhängig, wie weit ich schon bin auf dem Wege. Bitte nur Themen, von denen Sie persönlich betroffen sind. Lassen Sie die anderen liegen. Nehmen wir an, Sie wären ein Mensch, der nie Selbstwertgefühlprobleme gehabt hat. Rein theoretisch soll es ja solche geben. Nehmen wir an, Sie erfahren durch die Seminarteilnehmer, dass anscheinend manche Leute Selbstwertgefühlprobleme haben. Lesen Sie dann nicht zwei schlaue Bücher und sagen, das Thema nehme ich in Zukunft im Seminar auf, weil ja die Leute damit Probleme haben. Sie sind nicht betroffen. Sie werden das nie rüberbringen. Einverstanden. Regel Nummer eins, Sie müssen betroffen sein, dann können Sie es überzeugend rüberbringen. Dann Ihre innere Einstellung, Regel Nummer zwei. Man unterscheidet bei Wissenschaftlern zwischen den Kreativen, wo Wissenschaftler und Künstler sehr nah beieinander liegen, das sind die, die bahnbrechende Ideen haben, und den Technikern. Das kann man bei unserem Beruf auch. Es gibt Trainer, die sind Wissenschaftler, Künstler, und es gibt Trainer, die sind Techniker. Die Techniker haben ausgedient, weil die in der Zukunft, die auf uns zukommt, keine Chance mehr haben. Sie müssen der Wissenschaftler, Künstler sein. Offener Geist, selber forschen, entdecken, aufdecken, und diese Entdeckungen später weiter kolportieren im Seminar. Da muss eine eigene Leistung dahinter sein. Dieser Typ, der Wissenschaftler, Künstlertyp, der selber Bücher liest und selber Ideen hat und Assoziationen, der hat auch keine Angst, mit Kollegen Ideen zu teilen. Kommt ja immer was Neues nach. Die anderen erkennen Sie daran, dass Sie die fünfeinhalb Ideen krampfhaft festhalten. Die anderen sind auch die, die Patentrezepte wollen für alles. Vorgekaut und vorverdaut. Anwesende sind natürlich solche nicht dabei. Je tiefer das Aha war, das Sie hatten, bei irgendeinem Lese- oder Denk- oder Gesprächsprozess, desto besser können Sie das nachher rüberbringen, weil sich das logischerweise auf der Beziehungsebene mitteilt. Sie müssen im Hier und Jetzt sein können, zumindest ab und zu. Und jeder Seminarbeginn müssen Sie voll im Hier und Jetzt sein. Das ist die einzige Aufgabe, hier und jetzt, die Sie haben am Anfang eines Vortrags oder am Anfang eines Seminars. Begeben Sie sich total ins Hier und Jetzt. Machen Sie ein paar tiefe Atemzüge, weil falls Sie nervös sind, neigen Sie dazu, flach zu atmen, haben Sie erstens keinen Sauerstoff für Ihr Gehirn und zweitens klingt Ihre Stimme danach. Atmen Sie durch, machen Sie Augenkontakt mit einigen Leuten. Voll, ganz total im Hier und Jetzt, die ersten Sätze sagen. Sind Sie sofort beieinander mit dem Publikum. Ob Sie versprechen und eh sagen, ist völlig egal. Das ist das, was rüberkommt. Und Ihre innere Einstellung, lieben Sie die Leute oder schätzen Sie sie zumindest oder sind Sie zumindest bereit, die Leute wirklich zu respektieren. Das entscheidet, ob Sie Charisma haben. Alles andere ist Nebensache. Seien Sie der oder die, der Sie wirklich sind. Voll ausbauen, was immer Ihre Art ist. Sich von niemandem einreden lassen, Sie hätten einen falschen Stil drauf. Aber ein paar Tipps zu Akquise für die, die meinen, dass Sie das brauchen. Schauen Sie sich bitte in anderen Branchen um, was da passiert. Man kann möglicherweise Ideen klauen von anderen Branchen. Denken Sie nicht immer nur in der Denkrinne, unsere Branche. Zum Beispiel. Können Sie Tandemveranstaltungen machen? Wenn ich so die Werbung gucke, was ich nicht oft tue, aber manchmal ganz bewusst, dann sehe ich zum Beispiel, dass Waschmaschinen von Siemens oder Geschirrwaschmaschinen von Siemens mit einem bestimmten Waschmittel oder Geschirrwaschmittel zusammen im Tandem beworben werden. Tut keinem weh. Welche Möglichkeiten ergeben sich für Sie, mit irgendwem im Tandem zusammenzuarbeiten, wo Sie einander ergänzen? Sich nicht verletzen. Wir werden über Kreativität morgen noch was sagen. Es ist unglaublich, auf welche Ideen man kommt, wenn man anfängt, anders zu gucken. Tandem ist vielleicht ein neuer Gedanke für Sie. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, mit Leuten im Tandem zu arbeiten, wo sie sich gegenseitig empfehlen können und gegenseitig helfen können, vielleicht sogar Büroräume, Fotokopierer und andere Sachen gemeinsam nutzen können und man tut sich nicht weh. Das ist also ein Gedanke. Der andere ist, ich habe in Amerika zum Beispiel unter anderem auch Kirbys verkauft, Kirby Staubsauger, zu einer Zeit, wo sie im ganz normalen Supermarkt, also Department Store, für 15 Dollar einen einfachen Staubsauger kaufen konnten, das war so 68 gewesen, 69, haben wir mit dem Kirby einen Staubsauger verkauft für 350 Dollar. Der hatte natürlich einen Horse & Decker Motor mit einer halben Pferdestärke und mit dem Ding konnten Sie von Garten sprühen über Insekten sprühen, Kreissäge und so weiter das halbe Haus bauen. Wenn Sie alles genommen haben. Die Main Unit alleine war vielleicht 120 Dollar, wo Sie wenigstens saugen und die Vorhänge reinigen konnten. Jetzt war es so, dass wir Hard Leads bekamen. Das heißt, die Leute haben Anzeigen beantwortet, dass sie bereit sind, eine Vorführung über sich ergehen zu lassen, weil sie dafür eine kleine japanische Kamera geschenkt bekommen. Jetzt sind die Adressen, die den Neulingen gegeben wurden, und ich war ja zu dem Zeitpunkt ein Neuling, waren natürlich die schlechtesten Adressen, sprich so richtige Slumgebiete. Also die Leute haben die Vorführung über sich ergehen lassen, haben mir dann mitgeteilt, dass sie jetzt das Geschenk haben wollen, haben sie auch bekommen, und haben mir dann mitgeteilt, dass der Ehemann gerade im Gefängnis ist und sie hat drei Kinder und lebt von der Wohlfahrt und sie kann sich natürlich kein Körbe kaufen. Und jetzt habe ich angefangen, einigermaßen verzweifelt zu sein, denn ich wollte ja mein Studium damit unter anderem auch finanzieren. Ich habe ja einige Jobs gehabt für mein Studium, das ist ja drüben viel teurer als bei uns. Also habe ich gesagt, was machen die anderen? Gibt es irgendwo irgendeine Idee, die ich aufgreifen kann? Und dann wurde ich zu einer Tapperwehr-Party eingeladen. Also habe ich Kirby-Partys gemacht. Doch ganz klar. Das heißt also, Tapperwehr wird, wie Sie wissen, verkauft, dadurch, dass einige, meistens Damen, sich treffen. Die eine führt das vor, dabei wird Kaffee und Kuchen gegessen, getrunken, man kann sich austauschen, nicht so ähnlich wie unser Network, das sich hier etabliert, man kann mit anderen Leuten sprechen und so. Und dabei, die Ware ist gut, Voraussetzung ist, die Ware ist gut, wird ja auch einiges abgesetzt. Und Tapperwehr können Sie im Laden nicht kaufen, nur über eine Dame, die Tapperwehr vertritt. Also habe ich dafür gesorgt, dass die Leute, die eine Vorführung über sich zu ergehen bereit waren, die habe ich eingeladen und gesagt, passen Sie auf, wenn Sie zusammenkommen in dem Nebenraum von der Wirtschaft dann und dann, dann erleben Sie diese Vorführung, dauert ca. eine halbe Stunde, Sie kriegen Ihre kleine Kamera, dann braucht nicht ein Fremder in Ihre Wohnung kommen und so und nicht auf Ihren Teppich dann Mais verstreuen, um zu zeigen, wie gut das Ganze funktioniert. Haben Sie Lust? Die Leute hatten Lust. Also kamen die jetzt zusammen. Also habe ich eine Vorführung gemacht und nicht 20 und im Schnitt zwei bis drei, zumindest die Grundeinheiten, verkauft. Das haben die anderen in der ganzen Woche Treppauf, Treppauf auch gemacht. Schauen Sie, was die anderen machen, was kann ich verwenden. Und gerade wenn das normalerweise nicht gemacht wird, sind Ihre Chancen brillant, weil man es gar nicht erwartet. Suchen Sie ganz gezielt nach dem Motto, fällt mir was Akquise-mäßiges ein und dann setzen Sie sich hin und schauen sich einen Krimi an. Da kommt irgendeine Szene und es klickt bei Ihnen, weil Sie die Frage im Hinterkopf haben. Also werden Sie ganz andere Möglichkeiten wahrnehmen, weil die Frage im Hinterkopf ist. Okay? Und wenn Sie glauben, akquirieren zu müssen, sparen Sie sich bitte, Ihre Programme an Gott und die Welt zu schicken. Diese Entscheider bekommen, ich werde ein paar Minuten überziehen, darf ich? Diese Entscheider bekommen pro Woche zwischen 10 und 30 unaufgeforderte Seminarangebote jeglicher Couleur. Wenn, machen Sie Telefonaktionen. Nicht so wie ich damals, ist klar. Sie können sich auch jemanden suchen, der vielleicht besonders gut am Telefon ist, wenn Sie es vielleicht nicht sind. Wenn Sie tandem arbeiten, kann der eine vielleicht aufreißen und Sie gehen hin und machen dann das Vorgespräch. Arbeiten Sie mit Fragetechnik statt mit Sagetechnik. Denken Sie sich irgendeine interessante Frage aus, mit der Sie einsteigen können. Wenn die Frage von Interesse ist, haben Sie die Chance, sein Interesse zu wecken, noch am ehesten. Wenn nicht, hätte auch ein Monolog nichts geholfen. Und Sie müssen natürlich was anzubieten haben, was Hedi und Bledi nicht hat, weil eine der ersten Fragen, die man Ihnen stellt, ist, wodurch unterscheidet sich Ihr Training von dem anderer? Darauf brauchen Sie eine gute Antwort. Wenn Sie die nicht haben, dann gehen Sie den Weg Volkshochschule etc. bei genügend Leuten Sie, wenn auch langsam, kennenlernen werden, die Sie haben wollen, weil Sie sie gesehen haben. Auch klar. Aber wenn Sie eine besondere Note haben, wenn Sie etwas Besonderes haben, dann müssen Sie das vorher ganz klar festlegen, weil die Frage hundertprozentig kommt. Und ich persönlich bin gut damit gefahren, zu sagen, testen Sie es, wenn Sie Ihnen gefällt, zahlen Sie. Wenn Sie nicht zufrieden sind, zahlen Sie nicht. Zahlen Sie nicht. Zahlen Sie nicht.